Hi Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid, hier im SEGA Weltcup Tournee, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, wie man sehen kann, ich bin jetzt schon im, also auf Platz 12, ich wollte schon sagen im 12. Level. Entschuldigung, ich bin so ein bisschen wirscht, ne? Jetzt gucken wir mal, was auf dem Trainingsplan steht. Ja, da müssen wir bleiben. Momentan gar nichts, es heißt jetzt angeblich Ruhe. Dann fahren wir in den Urlaub, ah ne, zu Hause, Moment, ja, passt. Äh, ja, Ruhepause, zwei Wochen Urlaub und Goodies, ja. Haha, ja, gucken wir mal, was, nein, Einladung zum Übungsmatch. Wer hat mich eingeladen? Ah, Übungsmatch mit Andi Palmer. Wisst ihr was? Da mache ich mit. Und Steve Proven, der will auch gegen mich spielen. Hahaha, na gut, dann würde ich sagen, mache ich jetzt da mit. Ja, erst mal das und dann das alles andere, ne? Genau, so. Dann, Halenga, ja, und los geht's. Gegen André Fappmann aus, äh, Jamaika. Ah, ob der dann auch so betödelt ist? Ihr wisst schon, wie ich das meine. Pff, hu, pff, yeah. Hahaha. Aufschlagspieler. Ah, ja, man weiß es nicht. Nein. Naja. Hopp. Und da hat er geguckt, ne? So. Und weg. Ja, und wie? Wie, da hat er geguckt. So, jetzt schauen wir mal. Hahaha. Aufschlagspieler 2. Naja. Ja. Hahaha. Da hat er geguckt. Hahaha. 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 Ja, gut 11. Schicker Hut. Steht ihr gut. Ja. er hat halt voll drauf muss man natürlich schon sagen christopher boom aus österreich ach das ist schon wieder so ein halbbruder von mir ja dann schauen wir mal aufschlag spieler 1 dass wir den auch weg sammeln das war gut das war gar nichts und jetzt nein nein jetzt sag mal was machst du denn da also irgendwas stimmt nicht mit ihm ich glaube er ist kaputt kann ich bitte jemand austauschen oder in reparieren aufschlag spieler 2 ja geht doch ja ja wunderbar ne das läuft ja wie eingeschmiert ja jetzt kommt lucas lambrecht auch ein bruder oder nicht gucken wir mal sind kurs nein nein oh man ja was hast du denn jetzt man der if konzentriert dich doch mal 15 na also geht doch ja heute macht es aber spannend echt wird sich ja sehr gut man das war jetzt echt ärgerlich ja spieler 1 aufschlag spieler 2 hopp super das war schön das war schön ja super du hast gewonnen geht doch da freut er sich der kleine held vom erdbeerfeld so du alte stinkende muffige feuchte tennissocke lass dich doch endlich mal feiern hier schau mal deine ganze verwandtschaft ist da ja schön genau hoch mit dem kelch zeig mal was du schönes hast super hast du fein gemacht okay dann gucken wir mal weiter was steht an ach haben wir ja gesagt da ging es ja irgendwie um so ein übungs match oder übungs menschen an die palmer ja mach mal an die palmer er hat eine starke vorhand nein nicht schon wieder bitte heute klappt irgendwie nicht mit diesen verdammten aufschlägen echt entschuldigung 30 also er macht immer so ein drama draus echt es voll die drama queen na also ja spieler 1 also geht doch aufschlag spieler 2 da hat er geguckt damit hat er nicht gerechnet der war schön flach ne seht ihr baum baum der war gut auch an die du musst dich schon ein bisschen bewegen ihr bewegung schadet nicht außerdem ist der bezahlt dafür oder nicht spieler 1 andy fangen lieber erst mal mit mini golf so wie geht es weiter hallo mein name ist ben bradford ich habe sie im turnier spielen gesehen und wollte sie fragen ob sie in paris in woche 22 ein übungs match gegen mich spielen wollen weiß ich noch nicht je nachdem ob ich zeit habe man so weit steht an sie hier steven roben möchte auch gegen mich spielen soll ich ihn fertig machen moment ja gut ist noch lange hin dann machen wir mal fertig den steve proven australien er ist australien er ist australien kapiert ja ich weiß der war sehr sehr flach wie meine bälle die schieße gut ab ja super dave es leicht super super ja 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 gib ihm ja das läuft doch wieder 21 tutaj fraut der spinnerei vielleicht ins fehler man man 15 30 schaffen 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 ja super ach diesen stäbe proben mache ich auch fertig super gegen steve proben haben wir uns gut durchgeschlagen jetzt weiß ich natürlich nicht machen steve proben wurde ihr partnerliste hinzugefügt sie können sich ihr partner im hummel ansehen ok ruhepause ja eine woche knarzen und siehe da wir fliegen jetzt nach wankowa da sind wir schon weit war es nicht gegen da ist ja schon wieder system proben der braucht wieder ein paar gute schläge also keine schläge jetzt so gut ja und 30 super läuft doch wieder aufschlagspieler 2 das muss kesseln hier mich den armen junge so rumlaufen lasse der musste so viel sprinten für nix und wieder nix ja dann habe ich jetzt mal steve proben erledigt jetzt kommt paco sanchez hallo paco da ist er ja aufschlagspieler 1 und hopp ach das war jetzt leicht ja ja super ja das war jetzt super sauber dave echt weiter so das weiß ich ganz gut da hat er geguckt haben und welcher spieler 1 gut dann schauen wir mal 8 antrieb hat man hallo herr hat man hat man hallo da ist ja ja ach das war ja der jamaikaner aufschlag spieler 1 das war schön so weiter geht das war jetzt echt cool super aufschlag spieler 2 der arme antrieb der hatte noch geschlafen oder was der mal ganz kurz gezuckt aber den ball ausrollen lassen gleich habe ich dich auch weggeputzt ja wie gesagt gleich 3.800 goldtublonen habe ich bekommen super ja lass dich mal schön feiern hier deine ganze familie ist auch gekommen ja gut leute wir haben schon 22 minuten durch dann würde ich mal sagen an dieser stelle machen wir ein cut und sehen uns bald wieder jetzt gucken wir mal schnell auf welchem platz ist jetzt eigentlich der dave und zwar auf platz platz auf platz moment er ist auf platz 12 ja leute dann würde ich sagen freuen wir uns jetzt alle für dave dass er jetzt auf dem zwölften platz ist ja gut leute ich sage dankeschön fürs zugucken ich hoffe es hat euch spaß gemacht wenn ja dann bitte einmal kräftig abonnieren glöckchen drücken für regelmäßige updates und bleibt einständig und sauber vor allem das heißt den bauchnabel auch waschen ja super ok danke also dann bis bald tschüss papa